Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Alchemist, dem alten Potion Monga oder Monga, Monga la Shonga, ich weiß es nicht. Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag, Hundi Karl ist auch wieder da. Hallo Freunde, Karl freut sich auch immer euch zu sehen. Herzlich willkommen zurück, wir sind hier in einer merkwürdigen Nacht unterwegs. Ich musste speichern und deswegen ist auf einmal Nacht irgendwie, wenn man speichert, dann schläft man, also man muss schlafen um zu speichern, so rum. Und dann ist es Nacht und ja, dann seht ihr das? Da hinten auf dieser Insel, Freunde, wenn ihr dort auf dieser Insel wohnen wollt, dann müsst ihr mal bei Steady vorbeischauen. Da könnt ihr eventuell auch auf die Insel gehen oder ich erzähle euch Geschichten von einer Insel, wer weiß das schon so genau. Denn dort kriegt ihr jede Woche einen Podcast, fast jede Woche, fast immer alle sieben Tage, manchmal auch neun oder acht oder manchmal fünf, weiß ich nicht. Ist immer unterschiedlich, je nachdem, wann ich Zeit habe und so. Ähm, ich würde gerne Bauernpflanzen vergiften. Jetzt wollte ich aber mal gucken, äh, und zwar, wollte ich gucken, ob ich vielleicht selber einen Trank herstellen kann mit, äh, einer geheimen Zutat. Das wollte ich machen. Ich wollte gucken, hier, guck mal, hier ist ja so faulig. Hier ist ja faulig mit drin. Wir nehmen das mal kurz mit. Wir nehmen das mal mit, ähm, wählen das aus. Verdorbenes Fleisch, guck mal. Hier, und wenn wir das jetzt einen nach rechts verschieben, schieben wir ja die Kraft raus und es bleibt faulig. Und einen nach rechts verschieben im Uhrzeigersinn können wir, wenn wir das in den Stößel reinpacken. Ich packe das jetzt mal da rein. Wir machen jetzt mal ein Experiment. So, guck mal, und jetzt bleibt ja nur noch fauliges Fleisch. Ich, äh, hier, füge das mal hinzu. Bam! Okay, das geht schon mal nicht. Automatische Rezepte verwenden. Ja, ich weiß, aber ich hab keine, glaube ich, gerade am Start, oder? Äh, Trank des giftigen Atems. Kann ich den nicht herstellen. Hab ich den, den hab ich doch eigentlich. Ja, dafür brauchen wir aber Carrots. Wir haben keine Karottis. Ich brauch schimmlige Karotten. Ich hab ja nicht mal frische Karotten. Wie soll ich da schimmlige Karotten kriegen? Aber ich hab hier oben mal welche gesehen. In dem Bereich. Es ist jetzt grad dunkel, aber wir haben zur Not noch einen Heiltrank dabei. Also giftiger Atem ist ja der einzige faulige, den ich jetzt zur Zeit herstellen kann, ne? Das ist so die einzige Faulnummer. So, jetzt weiß ich nicht, haben die nachts andere Sachen in ihren Körpern, oder? Ich brauch definitiv ne bessere Waffe. Ich hab ja wieder nen Gammelapfel. Ich brauch Karotten, Alter. Hast du Karotten? Ja. So. Dann würd ich nämlich einfach nochmal ein paar Faulatemtränke herstellen. Oh, guck mal hier. Wie schön das ist hier. So Lampignons am Strandion. Die kämpfen da alle. Die sitzen alle hier an der alle, an der allen Mühle, du. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klapp, klapp. Klapp. Gutes altes Brot. Gutes Brot. gutes altes deutsches Brot ist immer noch besser als amerikanisches Schwammbrot Alter, guck mal da hinten da waren flammende Flammkuchen da oben ist irgendwie noch was komm, wir schauen uns mal ein bisschen um wir haben ja keinen Druck was ist das denn hier? öffne die Registrierkarte Charakter im Einmal nach um deine Fähigkeiten zu sehen um meine Fähigkeit zu erlangen, musst du zuerst das entsprechende Fertigkeitsbuch erwerben und dann die Voraussetzungen erfüllen okay, cool, Alma nach Charakter Reputation, teilen macht Spaß wenn du dem Charakter einen positiven Stärkungszauber gibst, wirst du geheilt verleihe sechs NPCs einen positiven Stärkungszauber aha okay, also es lohnt sich doch hier so ein bisschen rumzugucken, oh wie geil hier so eine Trauerweide, Alter ist das einer mit der geilsten Bäume überhaupt Trauerweiden frische, oh Gott ich hab Pupu eingesammelt was hat Pupu für eine Pupu hat eine ganz merkwürdige Pupu-Fähigkeit was ist das da, da leuchtet was schaut euch das an eine Mondscherbe hier die Dinger vergiss mal nicht oh, da liegt noch eine Mondscherbe findet man sowas nur nachts ich meine, das ist schon cool oh, guck mal hier gute Manieren also noch ein Fertigkeitenbuch sollte vielleicht am Anfang hier mal rumlaufen und die Welt so ein bisschen entdecken so, was ist denn hier hier ist ja auch noch was guck mal da steht ja jemand hier in der Dunkelheit jetzt mach er nein, nicht ablegen mach mal das Buch jetzt weg da wie kann ich das da who left it here ich brauch mal kurz meinen Stock hallo schönen guten Tag hallo Fremder schön ein neues Gesicht auf der Insel zu sehen eigentlich ist es sogar gut muss ein bisschen lauter machen, sonst hört ja gar nichts eigentlich ist es sogar gut überhaupt ein Gesicht hier zu sehen ich habe selten nicht schleimige Besucher in meinem Lager ja, ist schon eine Weile her das sind die Alchemichten auf der Insel hatten ja, aber schon ewig her dass wir eigentlich hatten ja wirklich hilfreich war und nicht schrullig und seltsam und das ist von jemandem der die meiste Zeit alleine damit verbringt Schleim zu jagen ha wie auch immer fühl ich wie zu Hause Königsmord seit geraumer Zeit versuche ich die Population der Insel Schleim unter Kontrolle zu halten aber in letzter Zeit wird es immer schwieriger sie haben sogar eine Art Sozialstruktur gebildet mit dem König an der Spitze er hat die ganze Lichtung im Ackerland für sich beansprucht verjagt die Bauern und fordert Tribut die Sache könnte dich besonders interessieren denn die Gerüchte besagen dass der König vor kurzem eine Katze gegessen hat die durchschnittliche streunende Katze wird im Inneren des Königs niemals überleben aber du kannst das Miauen auf der Lichtung deutlich hören oh Gott auf keinen Fall ist es ein gewöhnliches Kätzchen wenn du den König tötest wird das Wachstum der Schleimpopulation hoffentlich zurückgehen du kannst ein neues besonderes Haustier bekommen oh nimm dieses Rezept sollte dem Kampf einen Vorteil verschaffen Stärkens Stärkentrag okay siege den Schleim oh wow hier ist richtig was los was ist das hier Salvos äh hey achso ich hab hier oben noch ein bisschen Zusatzinventar okay König Schleimus äh äh naja irgendwo muss ich ja stärkere Dings aber ich würde gerne noch eine Karotte haben irgendwie oh ich sehe gerade dass ich vielleicht eventuell mal meinen Gesundheitstrank zu mir nehmen sollte ich weiß gar nicht ob das dauerhafte Trinken dieser Tränke eventuell gesundheitsschädlich sein könnte auf Dauer das weiß eigentlich niemand so genau jetzt sehe ich auch nicht ob hier Karotten sind oder so wir gehen erstmal zurück kann ich Moos einsammeln nein aber Moos ist doch eigentlich was schönes ohne Moos war ja nie was los in der Hoos so äh jetzt räumen wir erstmal ein bisschen ein einfach mal so ähm naja gut wir könnten jetzt mit dem Almanach könnten wir natürlich jetzt hier einen giftigen Atem machen wir noch ein paar Gesundheitstränke ähm König Rabonus ich will aber jetzt noch nicht zu König Rabonus ich will eigentlich hier wo sind meine Quests Königsmord ein kleiner Gefallen auf ins Ackerland sprich mit den besorgten Bauern vergifte Bauernpflanzen achso ich muss das anpinnen ok ich werde mal vergiften gehen wie weit ist denn das 500 Meter in die Richtung ok ich weiß zwar jetzt nicht genau warum wir nachts gehen aber wie soll ich denn da hinkommen oder kann ich da von der Stadt aus ich müsste da von der Stadt aus wahrscheinlich eher hin ne wir beam uns mal in die Stadt vielleicht sind wir da schon mal ein bisschen näher dran Hundi hinten war Hundi Karl Karl findet Sachen aber ich finde auch Sachen meinem gelehrten Zaubererauge entgeht gar nichts a la casoum da sind wir in der Stadt so 500 Meter müssen wir erstmal gucken ob wir da überhaupt hinkommen seht ihr da hinten etwas geblinkt müssen Schleime besiegen ah dieses Spiel hat einfach alles es hat Schleime und Gebeine Katzen gibt es keine also Menschenkatzen ich schätze mal wir müssen erst ein bisschen rein questen um halt coole Tränke zu kriegen und so und ich schätze mal dass wir einfach mit der Kotzpflanze dann eventuell und die Bauern sind doch böse oder nicht hat der vorhin hat jemand gesagt ein Schmied hallo Schmied Steine kannst du Stachel Diamant okay tut mir leid ich kann leider nichts gebrauchen Steine gibt es auch umsonst boah da ist ja der Königsschleim oh man hört man hört wirklich die Katzen oh Gott man hört die Katzen die in dem Schleim für immer leben müssen boah aber den will ich mit nem den brauche ich richtig richtig üble Tränke brauche ich dafür verdächtig das ist hier oh da gibt es auch ne Blume sehr refreshing ich hab halt nur nen Stock und so und ich weiß nicht ob ich für den Königsmord schon bereit bin so hier ist das Feld kann ich auf das Feld kotzen okay das hat nichts gebracht gar nichts jetzt würde ich aber gerne mal gucken kann ich hier das Portal aktivieren damit ich ja oh guck mal hier kannst du auch Tierexkremente gleich mit einsammeln fliegen oh geil ey jetzt mal im Ernst hier gibt es ja richtig gutes Zeug aber irgendwann können wir unsere eigenen kleinen ich klaue mal den Bauern einfach den den Dreck denkt sich auch ich geborch der ist ja dieser Zauberer er läuft wieder bei unseren Kühen rum ich will einfach nur mal gucken ob ich den ob es geht wenn ich den hier hin ne es geht nicht okay ich muss irgendwie einen Giftdrank entwickeln äh wer hatte denn die Tränke warte ich geh mal in die Stadt also wer hatte hier gibt es Werkzeuge hallo Shop Giftrezept da das brauche ich Händler wenn du Tränke verkaufst bekommst du mehr Gold Parfümrezept verbessert deine Handlungsfähigkeit mit deinem schönen Duft jedes mal wenn du es benutzt variert der ah ok Handelsrabatt Dreckbombe Hochexplosiv Essenz aus Fäulnis und Krankheit Bremse zur Detonation mhm automatische Rezepte brauche ich jetzt gerade noch nicht ok schauen wir erstmal jetzt haben wir ja einen Giftdrank dann müssen wir uns erst wir müssen uns auf die Bauernmission vorbereiten wir wollen die Bauern vergiften oder wir machen ein bisschen den Revoluzzer und revolutionieren erstmal den Giftdrank so dann schauen wir mal nach Rezepten die Nacht ist echt lange in dem Spiel ne äh Rezepetete 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 so dann haben wir doch was Gift Gift ist die Essenz aus Moment ja ist angepinnt ne so dann müssen wir jetzt erstmal eine Karotte oder faules Fleisch stößeln ähm warte mal wir räumen erstmal alles hier rein so ist das verdorben ne das ist verdorbenes Brot eine verdorbene Karotte ich finde so wenig Karotten ne Karotte mit Holzmörser Pilz Holzmörser ok dann werden wir mal eine Karotte mit Holzmörser machen und jetzt brauchen wir noch Pilz ok verstehe verstehe ich glaube ich habe langsam so ungefähr verstanden was dieses Rezepting von mir will ne Moment aber der Pilz der hat ja jetzt noch zwei Essenzen der hat ja noch da brauche ich nur einen Pilz da mache ich den Trank wenigstens nochmal ja mach weiter so ich brauche eigentlich nämlich nur den Pilz hier reinwerfen dann habe ich ja schon beide Essenzen also aus einem Pilz mach mal easy Gift mal Pilze finden wird bestimmt auch nicht so einfach ja Rezept speichern das hier mitnehmen so dann werde ich das Gift nämlich einfach auf dem Feld verstreuen dann werde ich das Gift da einfach mal auf dem Felde verstreuen und dann schauen wir mal vergiften seine Pflanzen und dann essen alle davon und verreckern so auch zum Ackerland so okay ich hoffe er hat uns nicht gesehen das Ding ist wir werden mehr Pilze brauchen entweder kaufen wir Pilze im Dorf oder wir sammeln Pilze im Wald es gibt nicht viele Möglichkeiten und ich komme da nicht hoch jetzt komme ich hoch ich höre sie wieder wie Katzen schreie oh mein Gott ja eventuell kriegen wir da noch Probleme auf Dauer aber wir stellen uns gegen die bösen Bauern wohl eigentlich sind die Bauern ja nicht die bösen aber keine Ahnung wir stellen uns erstmal auf die Seite der Revoluzzer eine Rotkappe die müssen wir eventuell erschnüffeln lassen ich finde jetzt gerade keine normalen Pilze irgendwie aber ist egal wenn wir jetzt hier rumlaufen und ein bisschen sammeln dadurch kriegen wir natürlich auch Vorteile dann haben wir für unsere Rezepte schon einiges aber ich denke wir müssen später um richtig ich sag mal Tränke in Massenproduktion zu haben müssen wir wahrscheinlich ordentlich selber Kram machen wir brauchen hier Trockner, Verdampfer, Verlampfer, Schnampfer, Ampfer, Pampfer und die ganzen Geräte die man so braucht als Magier die werden wir alle irgendwie Steine sind Freunde kein Futter so ah der Sperlingsprinz er pfeift und trötet das heißt es ist der Morgen der Morgen ist gekommen er hat nachts geschlossen aber die hat 24-7 offen hier Obst und Gemüse ich würde gerne Obst und Gemüse kaufen ah ja Benedikt wer verkauft mir denn heute Honig, Minze, Apfel, Brot und Ei ich kann hier gar keinen Pilz kaufen verkaufst du Pilze? äh komm wieder wenn du fertig bist vor allem ich schaue dir letztens sprich mit denen um kleine um Tipps zu bekommen oh guck hier eine grüne Flamme hier gibt es noch mehr Zeug in der Stadt ne ich würde mich gerne hier umsehen und ich habe immer durch so Let's Play hast du immer ein bisschen das Gefühl du müsstest dich beeilen bei irgendwas aber musst du eigentlich gar nicht vor allem weil es ein Urlaubsding ist das heißt wir können hier richtig entspannen was ist denn das für eine Arschgrube hier ist ja eine Grube voller Arsch das ist eine Kiste kann ich die mitnehmen leider nicht das Gasthaus deiner Mutter oh ich möchte ins Gasthaus der Schleim hat sogar einen Steckbrief einen eigenen da hinten sind Flammenschleims ich brauche Pilze für mehr Gift müssen Pilze finden was ist das denn hier eine Truhe blockiert warum kann ich einen Öffnungszauber auf sie sprechen und ich bin ja eigentlich kein Zauberer ich bin Alchemist das ist schon ein Unterschied ne aber da ist noch ein Stein und den würde ich gerne mitnehmen wenn man Steine die man irgendwie kaufen kann die scheinen ja irgendwas da scheint was an dem Stein zu sein was hat der denn da drin altes Gammelbrot ach komm ey hier muss ja immer ein Pilz sein ein Pilz brauche ich nur noch oder zwei oder fünf ich wüsste jetzt auch nicht wie man die selber züchtet ich habe ja irgendwie keine keine Pflanzerfahrungen wenn man natürlich einfach alles aus der Natur rauspflückt ohne Rücksicht auf Verkruste auf Verlustekruste da ist dieses Piratenschiff da ist die kackende Weide da ist er wieder unten im Walde und keckelt da rum ist das ein langer Stock eigentlich macht das einen Unterschied ob ich den Stock hier nehme einfach mal noch einen Stock mit unsere wandernde Suche nach Pilzen Steine finde ich irgendwie ohne Ende aber mit Steinen kann ich jetzt gerade nichts anfangen irgendwann werde ich auch rumlaufen und sagen oh Leute ich brauche Steine irgendwann können wir ja Zutaten auch kaufen und sowas macht es eh nicht mehr so den Kuchengel so wie Safran zum Beispiel aber ihr wisst schon was ich meine keine Pilze es gibt es nicht ich bin auf da ist einer sogar ein normaler da hinten auch noch einer geil 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 hier sind Pilze nice die ganze Map einmal abgelatscht um zwei Pilze zu finden ich mach Gönnerauge da ist noch ein Pilz sehr gut da ist noch ein Pilz 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 so da sind wir doch vergiften wir dem doch jetzt dann das machen wir beim nächsten Mal aber ich bereite uns noch oder obwohl wir können ja unterwegs auch brauen ich hab's ja im ich hab's ja im Fastbrew ich hab's ja im Fastbrew Leute kein Gift automatische Rezepte Gift ich muss dafür zu Hause sein oder ich muss dafür zu Hause sein das wäre auch sonst unfair das wäre auch sonst unfair so jetzt können wir hier ein bisschen so es sollte aber jetzt reichen eigentlich wo sind die Gifttränke wo sind die Gifttränke da einmal wieder in die Schnellauswahl drei Sterne Gifttrank gute Qualität eine Gequäse schließen sich gegenseitig aus was stell dich dem Bauern okay ich stell mich dem Bauern los komm her Bauer jetzt geht's los Bauer oh Gott gib mir meinen Gesundheitstrank der giftige Atem ja ich hab ihm seine Energie aus er kotzt seine Energie aus seinem Körper arm so jeder ausgenackte Charakter wacht am Morgen wieder auf hm so das haben wir noch gemacht Freunde ich würde sagen wir machen hier ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder in einem Haufen Kuhkaka und dann bewegen wir uns zu Richtung Eve und verkünden dir die frohe Kunde unserer revolutionären Tätigkeiten also Leute macht's gut bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen reingehauen und äh ciao mit au bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal